Was sagt ihr? ADB. Was? Arsch der Welt. Arsch der Welt. Haben Sie Erfahrung in der Gastronomie? Neu. Können Sie für mich... ...lächeln? Sind Sie der Herr Diener? Ja. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Alles gut, danke. Ich komm klar. Herr Bürgermeister, freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Aber das ist doch selbstverständlich, mein Lieber. Unsere Stadt freut sich über ein neues Restaurant. Das Essen ist total versalzen. Helmut! Ja, Ingrid! Hier ist ja echt. Ich hab's doch gleich gesagt. Musik